Herzlich Willkommen zur nächsten Folge Shellshock Live mit Max und Hendrik im TS. Guten Tag! Hey! Guten Tag! Los geht's! Ben, Hendrik und ich gegen, oh ne, Imperator, Max und Ili. Also von den Leveln her ist das ja wohl das Unfairste, was es gibt, oder? Und ich hab so geile Waffen bekommen. Ich, ja, naja, ja, doch. Die Map ist auf jeden Fall interessant. Nur noch der gute Max, also der Imperator Max muss einloggen. Das ist auch der, der bei uns mit dem TS ist. Oh! Was ist das denn, dieser weiße Ball? Wahahahaha! Und noch gecrittet. Er hat direkt auf die Schnauze bekommen. Wie ich mich kenne, werde ich jetzt, ne, komm. Machen wir es direkt so. Kölala! Nie mit Double Damage! Ja, das war schon mal nicht schlecht. Wo ist denn Ili schon wieder hin, ey? Yoho! Oh, der trifft euch. Also Ben kriegt ganz schön was ab da. Hahahaha! Der Fluffy ist aber so scheiße! Alter, Ben ist gleich da. Der unter 20, ey, das ist so unfair! Hahahaha! Ich hoffe, ich treffe Ili mit meinem Area Attack. So, bam. Ich weiß es nicht, bin mir unsicher. Nein! War Sniper! Ja! Nicht getroffen! Geil! 75, immerhin. Hätte sogar noch mehr sein können. Geil! Deh du dezidale ISL, glüh auf, glüh auf, glüh auf. Oh! Was ist das denn? Ed! Oh, Ben ist down, wow. Ah ah Mist! Den hat mich aber ausgesucht. Ach Mist! Nein! Jetzt nicht auf mich! Komm und liegen bleiben! Yaldi! Ich crit halt nicht so. Das Ding ist, ihr habt einfach nur noch so viel Leben. Und wir haben halt schon den ersten Tod. Aber das ist halt das Gute. Ihr seid alle auf eigen gegangen. So muss das. Oh oh Hendrik, ich glaub du wirst ganz schön vermöbelt. Oh oh, ich werd auch vermöbelt. LOL! Oh 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 oh! Das war doch nicht übel. Joho! Alter, was war das denn für den Schott? Komm. Miau! Immerhin noch ein bisschen was, aber... Oh, verkusten. Ja Hendrik, war schön mit dir. Mit ein bisschen Glück überlebe ich das jetzt noch. Das waren wirklich die unfairsten Teams, ey. Mit ein bisschen Glück überlebe ich das nicht mehr. Was? Guck, ich überlebe das echt nicht mehr! Und... Ciao! Alter! Das war ja ne geile Runde. Alter, was war das denn am Ende für den Schuss? Aber mit euch dreien da, ey. Level Up! Trotzdem! Tank Token Upgrade! Penetrator! Als neue Waffe. Das war nicht so toll aufgeteilt. Ich upgrade noch kurz. Hier kommen wieder Critten. Und zack. Nur noch unser Russki Ilja und dann gehts auch schon weiter. Bich ja echt. Im Imperator mag ich sagen, ja, die Teams finde ich okay. Okay. Das ist aber Kacke. Ich habe einen Heavy Backroller. Ich hau den da jetzt einfach auf volle Kanne rein gleich. Ilja sieht so nach... Auf mich zielend aus. Wenn er volle Kanne macht. Los! Ein Crocker! Mach was! Oh! Oh! Was ist das denn für ein Start? Ein Nuke. Pass auf, ich mach äh... Portal... Skill Shot mit Heavy Backroller. Zack! Ihhh. Aber die Nuke hat ja direkt gesessen, ey Max. Die hat dich ganz schön erwischt, wa? Ey, die hat mich voll erwischt. Ich hab direkt den Penetrator. Was macht denn der? Penetrieren. Hat der noch eine? Ne, oder? Ne! Was? Ja, hat er. Doppel Damage! Ich beworre nicht! Ey, wir sind down! Oh Gott! Oh Gott! Wie geil ist das denn? Oh nein, hat er nicht gemacht! Mit Damodamage! Oh, der hat er grad nicht gemacht! Unsere Damage! 2-2-0! Alter, hat er nicht gemacht! Oh ne, ey! Alter, krass! Ne, recht! Noch weiter her! Wie lange wir diese Lobby hier zusammenhalten, find ich gut! Ja! Oh, wie Hammer! So, ja komm, die Teams sind auch okay! Gleich erstmal ne Nuke! Ey, kriegt der 2! Krasser Scheiß, ey! Ich wette, ich treffe 100 pro den Bumper! Wie immer ist diese Reaktion hier unten schon ab? Wenn er jetzt noch ne New Card hat, ist er Cheater! Nein, ich wusste es! Komm runter! Oh, 60! Alright! Na, das war ja, das war ja aufregend! Die Doppel-Nuke, ey! Ja! Doppel-Nuke mit Double Damage, Alter! Scheiße! Er war gut, Hendrik! Firework ist so wie Kaktus, so großflächiger Schaden, aber ich... Weiß nicht! Das war aber das schon letzte Firework-Upgrade! Ne, das zweite, glaub ich! Ich mag's nicht so! Es wird knapp, dass ich das treffe, glaub ich! Warte! Was anderes... Das war ja auch scheiße! Oh, dann eben da hinten! Oh, er kassiert ja ganz gut, seh ich gerade! Das war ne gute Snake! Ja, kassiert richtig! Ich hab noch ne Snake! Machst du ihn dann? Dann geh ich direkt weiter! Ich hab jetzt ne Kurve für Max! Ja, okay, dann mach du den! Und zwar ungewollt, ich wollte eigentlich ne Kurve für Ilja, aber... Bissin verschätzt! Oh-oh! Der Quicksand mich! Glück gehabt! Guck mal, was ich für'n Glück habe! Ich steh da oben auf der Spitze! Das heißt, ich nehm' jetzt das hier und... Oh-oh! Jo! Ho-ho-ho-ho! Dass ihr den reingedrückt habt! Ich hab' 80 Damage Sinkhole! Ja, nice! Ja, nice! Ja man, die Kurve steht! Nur ein wenig und zack! Oh, was lustiges! Let it rain! Das hab' ich auch noch Max! Ho-ho-ho-ho! Und jetzt regnet's noch! Das ist Feuerwerk letztes Upgrade! Oha! dein Ernst? Mach die Emo! Ich kümmere mich weiter um Henrik! Oh, ich hoffe das hilft nicht, Hendrik Oh, und der liegt Ist aber fast weggehüpft Könnte sein, dass ich mit dem nächsten alles verfehle Na, was heißt easy match, wir hatten Ilja halt früh weg Oh, Portrait Skilchert, Hendrik Ne, leider nicht Oh, der Flumi ist doch scheiße, der hüpft beim nächsten Sprung raus Der geht random, der geht random immer irgendwo hin Oh, ne, Dauerschleife, guck's dir an, ey Was ist das mit der Phinode, ey? Oh, da muss man doch mal nachdenken, alter Okay, es hat aufgehört, ey Okay, Hendrik, pass auf, die splitten sich jetzt ein bisschen, das ist ein Doublesplitter, der da jetzt kommt Musst du folgen Oh, Pinata, ja okay, das reicht easy, Ben geht mit auf Hendrik Ja, sollte doch eigentlich easy sein Ich hoff's Oh, ne, er hat verfehlt Ja, ne, 10 damage noch bei Hendrik Ja, ne, 10 damage noch bei Hendrik Das wird easy gehen Meiner vielleicht noch Ups Oh, ne, meiner wird auch nichts Ja, hoho Oh, Mann Das die Teile treffen ist aber auch wieder, ey Das hätte so schön sein können So, eine Runde geht noch In dieser Folge Ich möchte ja nicht wissen, was nächste Runde passiert Ey, eine Runde in den Doppelnuke In so eine Endlosschleife Oh, Ilya ist raus Okay, wir warten ganz kurz Das geht normalerweise schnell, dass ein Sechster dazu kommt Max kann aber schon mal bereit drücken Oh, hat er Oh, statt 85er Level 84er Los geht's Imperator Ben Crocker Nice und nice Womit fangen wir an? Ja, hier, komm, um eine Kurve rauszufinden Kurve rausfinden erst mal Ich hab die Syncletze, weil die so nicht Na ja, geht so Wenn Max und Henny so stehenbleiben Und ich treffe, wäre das direkt schon mal ganz gut Ich will nicht ganz hinten stehen Ich fahr ein bisschen nach links gleich, ne Max? So Hier Bullet Oh Oh Ben kriegt aber auf die Schnauze gerade Leulein Max Ich hab's aber Glück gehabt Prost Auf eine gute Kurve Mach ein Risiko und hoffe, dass das trifft Ich hab auch nochmal 40 Damage gemacht Jede Runde passiert gerade was krasses, ey Was ist denn hier los? Okay, ich teste mit Wasser, äh, mit Waterballoon und dann die Trinet da unten rein Irgendwas muss ja wohl treffen Warum schreibt ihr direkt Idiots? Ja, weil die so aneinander stehen Das musste doch passieren Dass die so auf den Sack kriegen, deswegen Oh Killt euch selbst, ey Also ich hab jetzt eine AC-130 Von wem kam die Waffe? Von Max Es ist am Portal Waaay War wet Wah Waaaat Waaaaat Waaaaat Waaaat 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 Frage was ich mache Hau rein da Mein waterballoon trifft ist schon nice und dann nächste Runde noch Henni ist weg. Oh nein! Ah! Noch ein Kill bekommen. Nice. Oh, was ist das denn da oben? What up? Soll ich gleich meine Kurve 3 weiter nach links oder 4 weiter? Oh, der trifft mich sogar. Nicht schlecht. Oh, sogar mit Crit. 1, 2, 3, zack, Carpetbomb trifft hoffentlich. Macht ihr Max unten fertig? Ja. Oh, der geht auch noch runter. Wer ist schneller? Ich? Nicht? Was? I kill. Oh. Okay. Okay, ich habe auch nur eine Supercat. Ich glaube, ich fange mit... Noch eine Flower und Driller und Moons habe ich noch. Ich fange mit Penetrator an. Oh, oh. Wie viele da immer noch runterkommen. Oh, guck mal, jetzt komme ich hier hoch. Oh, Gott sei Dank. Ah, hier komme ich nicht mehr runter. Ich habe nämlich eben in der letzten Runde nicht drauf geachtet, was der Penetrator ist. 5 Euro, wenn ihr unten auf dem Bumper schießt und dann damit Bullet trefft. Oh, das ist der Penetrator, der war scheiße. Aber meint ihr Trinade oder Schrapnel springen weg da? Ja, ne? Ja, definitiv. Okay, dann habe ich nur noch Sparkle und Needler. Und Supercat. Ja, komm. Mach die Supercat. Ja. Kurve ist gerade gut. Ja, trifft euch beide. Ich kann sogar noch einen weiter nach da. So, zack. Ruft da. Nehmt ihr Double mit? Sieht ganz so aus. Versuch's mal. Mach raus. Nein, ich muss noch gucken, womit... Und was wird's? Äh, ich überlege, ob ich Moon... Moons volle Kanne? Wenn du dann selber Damage machst, gg. Oh, jetzt stimmt meine Kurve nicht mehr, oder? Ja, reicht! Und jetzt ne Trinade da unten rein? Nein, trifft, bringt nicht. Weil er oben drauf sitzt. Oben? Jetzt das andere oben. Oh. Let's go, oh... So. Eh, bitte... Hellouri... Ah, eh... Oh... Mmh... Ih... Und trifft! Tsk! Zaki Daki. Sacki Daki! Oben mal Notion los. Ja, fahr mal da runter, dann werfe ich dir doch noch die Trinit dahin. Hm, das ging ja noch. Könnt ihr treffen, ich hoffe es. Oh, Max, riskante Kurve, wa? So an Ben vorbei. Gehst du bei Double-Damage? Nö. Aber er mit seinem Quick-Sand. Leck mich. Leck mich. Das hätte so gut werden können. Ja, das ist... Portal Skillshot. Oh, wenn er jetzt einen Nuke gekriegt hätte. Er geht doch voll in die Mitte jetzt, ey. Boxer ab, ne? Dankeschön. Oh, jetzt ist er das Portal. Ja, 50 Rüster. Was hat Ben denn da? Hm, 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 hm. Okay, reicht. Ja, sehr gut. Hauptsache, ich mache zwei Kills, aber Ben bekommt MVP, alter. Na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Runde. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020